In diesem Tutorial möchte ich Ihnen erklären, wie Sie Fensteröffnung bzw. Fenster als Bauteile, gleiches Geld aber auch für Türen, in Ihr Gebäude einbauen können. Ich sage bewusst einbauen, denn bei Fenster und Türen, und das gilt auch für bestimmte andere Bauteile, müssen Sie bestimmte Regeln beachten. Eine Regel ist die, dass Sie ein Fenster zum Beispiel nicht einfach so in Ihrem Projekt platzieren können. Ich schalte mal um auf so ein Fensterbefehl und wenn ich jetzt fahre ich hier im 3D so hin und her, und Sie sehen, da habe ich dieses Symbol, dass ich es nirgendwo absetze, ich seite nicht, ich fahre auch über eine Wand. Das heißt, ein Fenster, aber auch eine Tür, aber auch ein Dachfenster und es gibt noch diverse andere Bauteile, die so funktionieren, die brauchen ein sogenanntes Basisbauteil, in welches Sie platziert werden. Sie haben quasi ein Masterbauteil, oder man sagt ja wieder dazu Basisbauteil, zu dem Sie dann gehören. Und von dem bekommen Sie auch erstmal die Eigenschaften, die wesentlichen, zum Beispiel die Positionen und so weiter. Und innerhalb dieses Basisbauteils können die dann je nach Funktionalität platziert werden. Das heißt, so ein Fenster wird natürlich quasi jetzt hier auf dieser Wandseite platziert und eine Tür auch. Ja, und Sie sehen, sobald ich jetzt über diese Wand hier fahre, wird das entsprechend eingebaut, dann in diese Wand oder mit Bestandteil dieser Wand. Sie können das im 3D machen. Ich habe allerdings jetzt in Vorbereitung auf das Video festgestellt, dass es in der aktuellen Version, das heißt, in der wir hier vorliegen, nicht so richtig funktioniert, wie es bisher funktioniert hat. Ich werde auch nicht ganz schlau daraus, was da hier los ist. Es ist allerdings aber eine Vorgehensweise im 3D, die in der Praxis nicht so häufig gemacht wird. Ja, ich finde es hier ganz toll, weil Sie das dann eher nachvollziehen können, wie das so passiert. Was passiert, wenn ich so ein Fenster platziere? Aber um das eigentliche Fenster dann quasi später mal zu verbauen, macht man es eher im Grundriss. Dennoch werde ich hier mal ganz kurz das zu Ende führen. Ich tue mal hier umschalten, damit sieht das ein bisschen besser. Das sehen wir vielleicht von hier aus. Und zeige mal die Probleme, die ich jetzt in dieser Version habe. Also ich tue es mal hier dieses Fenster von außen platzieren. Und das sehe ich schon mal. Was ist hier passiert? Und das zweite hier daneben. Er richtet das hier aus. Das macht man leider nur horizontal. Vertikal macht das nicht, weil jetzt ein anderes Fenster drunter ist. Und jetzt schauen wir uns das hier mal an. Ich gehe mal auf Escape und breche den Befehl ab. Und dann habe ich schon das erste Problem, dass man das Fenster hier verkehrt herum eingesetzt hat. Ja, also normalerweise, wenn ich einen Grundriss ein Fenster verlege, dann muss ich immer von außen auf die Wand klicken, damit das Fenster richtig positioniert ist. Also das außen außen ist und innen innen. Aber hier im 3D macht das auf einmal umgekehrt. Das würde bedeuten, ja, wobei dann damit könnte ich noch leben, dass Sie das Fenster halt dann quasi von innen machen müssen. Ja, also ich mache es nochmal richtig. Ich gehe mal auf Ähnliches platzieren. Mach es mal auf der anderen Seite der Wand, also von innen. Dann passt die Ausrichtung. Ja, jetzt sieht man hier, jetzt ist hier innen, innen und hier ist außen, außen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Absicht ist oder ob ich da jetzt hier irgendwo, das in der Version liegt. Also ich habe es nicht so in Erinnerung. Ich mache das ehrlich gesagt selten im 3D, jetzt nur für Vorführzwecke. Aber das ist wie gesagt eine Sache, die man beachten muss. Okay, mit der könnte ich noch leben, aber ich zeige Ihnen noch ein weiteres Problem, das Sie im 3D haben. Das habe ich allerdings hin und wieder mal gemacht, diese Methode, die ich jetzt zeige. Ich gehe mal hier auf so eine Fotoansicht, auf eine Frontalansicht und möchte jetzt zum Beispiel hier dieses Fenster an dem hier unten ausrichten und dieses Fenster an dem hier drüben. Ja, und ich mache das hier einfach mal und gehe also hier auf Ausrichten, dann also Ändern. Ich wähle den Ausrichten-Befehl. Ich muss jetzt schauen, dass ich hier so eine Fensterkante erwische. Nehmen wir also die Tabulator-Taste, aktuell ist die Wand, sieht man hier, wäre die Wand ausgewählt. Jetzt Tabulator-Taste und jetzt habe ich hier quasi, ich sehe es an der Vorschau, nur diese Kante und richte jetzt diese Kante hier oben aus und achte es mal auf das zweite Fenster. Dann geht das mit. Für mich völlig unklar, warum das so ist. Lässt sich nicht erklären. Ist mir auch neu. Das war früher nicht der Fall. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das irgendeiner Logik folgt, die ich nicht nachvollziehen kann. Jedenfalls kann ich natürlich die Fenster dann mit dieser Methode zumindest nicht ausrichten. Was allerdings geht, Sie können Sie hier, das ist interessanterweise, können Sie das schon schieben. Ja, da geht das nicht mit. Ja, also man macht das allerdings selten im 3D. Was ich vielleicht noch schnell korrigieren möchte, kann man das auch im 3D? Ich fürchte leider, es geht nur im 2D. Die Ausrichtung des Fensters, da ist ja noch verkehrt. Oder im 3D geht das nicht. Beziehungsweise muss eh eine Tür rein. Also wie gesagt, so viel zu Fenstern in 3D verlegen. Sie können es ja gerne mal machen. Vielleicht haben Sie das Problem in Ihrer Version nicht. Vielleicht ist das dann auch mit der nächsten Version wieder behoben. Vielleicht hat auch einer oder andere von Ihnen eine Erklärung, woran das liegen könnte. Also Kommentare sind da gerne willkommen. Jedenfalls sollte man Fenster nicht unbedingt im 3D machen. Deswegen zeige ich Ihnen das jetzt, wie Sie das im 2D machen können. Sprich in einem Grundriss. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe also hier mein Obergeschossgrundriss und sehe jetzt hier auch aufgrund meines Imagebildes, wo wir die Fenster hinkommen sollen. Ich lösche dann mal die alten anderen Fenster raus, damit ich es mal richtig machen kann. Hier sollen ja übrigens Türen rein und keine Fenster. Also ziehe ich mir hier ein Auswahlrechteck über diesen Bereich. Gehe auf Filter, sage nichts markieren. Nehme nur die Fenster rein und drücke die Entfalltaste auf meiner Tastatur. Und die Fenster sind wieder draußen. Ja, jetzt werden wir die Fenster mal so verlegen, wie man das normalerweise in 80% der Fälle tut. Ich gehe also hier auf Architektur, wähle Fenster aus. Insofern gleich. Man sieht hier schon, hier hat man schon mehr Optionen, die man vorher nicht hatte. Wichtig ist hier der Hinweis, dass das Fenster die Ebene zunächst von der Wand erbt. Das heißt, die Ebene, auf der die Wand steht, wird dann auch die Bezugsebene vom Fenster. Ja, das werden wir uns gleich mal anschauen, wenn es dann darum geht, die Fenster in der Höhe auszurichten. Zunächst werden wir uns ja erstmal horizontal ausrichten. Ich sage das jetzt nur, weil es gibt leider nicht die Möglichkeit, schon im Vorfeld zu sagen, nee, ich möchte eine andere Ebene haben. Ja, das sieht man hier. Da gibt es keine Möglichkeit, hier irgendwas einzustellen. Zumindest, ich sehe es jetzt hier nicht. Nicht, dass ich sage, man soll nie, nie sagen. Aber, na, gibt es nicht. Okay, jetzt wähle ich ein Fenster aus. Das dürfte noch das Richtige sein. Und hier ist wichtig, auf die Außenseite zu gehen. Also anders als vorhin im 3D. Auf die Außenseite der Wand klicken. Außen und absetzen. Sie können das, das kennen Sie ja von Revit. Jetzt am Anfang schwierig, genau platzieren. Man macht es dann eher im Nachhinein. So, hier haben wir ein kleineres Fenster. Ich glaube, hier unten auch. Hier haben wir noch so ein Fenster. Und lassen wir es mal dabei. Jetzt schaue ich nochmal, ob ich hier ein paar Türen finde. Beziehungsweise hier haben wir noch die kleineren Fenster. Ich glaube, ein Meter. Waren das die richtigen? Ja. Machen wir noch schnell die. Und Sie könnten jetzt theoretisch hier noch die Richtung korrigieren. Ich mache das dann im Nachhinein, wenn ich das eh noch mal. Ich will es mal nur platzieren. Und hier auch. Jetzt haben wir die platziert. Jetzt fehlen noch die Türen. Jetzt muss ich direkt mal gucken, ob ich hier so eine Tür finde. Das ist ja noch eine Balkontür. Da gibt es einmal die Möglichkeit, eine Fenstertür zu machen. Oder generell Türen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob hier schon was geladen ist. Eventuell ist da schon was drin. Hier. FE, Tür, Dreh, Küpp. Ich glaube, das ist die von unten. Die können wir nehmen und hierhin platzieren. Nicht da von außen. Und hier auch von außen. So. Wie gesagt, ganz grob erst mal platziert. Jetzt werde ich im nächsten Schritt das Ganze noch ein bisschen ausrichten. Ich zeige Ihnen die Variante übers Achsenraster. Ja, man könnte das theoretisch jetzt auch die Wand komplett durchbemaßen. Ich zeige das einfach mal, damit Sie das mal sehen. Ich schalte trotzdem vorher das Rasterbild aus, damit Sie das ein bisschen besser nachvollziehen können. Gehe also jetzt hier auf mein, gibt mein VG ein. Dann gebe ich jetzt hier ein R ein, damit der nach hier unten springt. Und hier Rasterbild und macht das aus. Jetzt sieht man so ein bisschen besser, was hier abgeht. Das werde ich mal, nur mal damit Sie die Variante sehen, diese Wand hier bemaßen. Gehe also hier auf Bemaßung, wähle aus Kantenwand. Ja, es ist okay. Dann wähle ich Wände. Ich möchte eine komplette Wandbemaßung haben und muss die Öffnung mit reinnehmen. Hier keine Achsen, sondern die Breite. Wandverschneidung will ich nicht haben. Raster, Schnittbewerke ich auch nicht haben. Und setze mal hier die Wand ab. Ich lege jetzt die Wand an, das kann ich Bemaßung positionieren. Und jetzt möchte ich, was ich Ihnen eigentlich zeigen möchte, ist jetzt folgendes. Ich kann jetzt hier das Fenster anklicken und könnte jetzt hier ein Maß eingeben, zum Beispiel 1,25 Meter. Ja, das ist, so können Sie theoretisch die ganze Sache bemaßen. Ja, also über die Maßkette können Sie die Elemente quasi dann nochmal ausrichten. Macht das meiner Sicht wenig Sinn, ja, das von hier aus zu bemaßen, von der Wärmedämmung aus, weil so wird das normalerweise später nie eingesetzt, ja. Macht eher Sinn, das quasi dann über Rohbamaße zu nehmen. Aber egal, theoretisch könnte man das so machen, ja. Das ist ein großer Vorteil von Revit. Ich möchte Ihnen allerdings eine andere Variante zeigen, jetzt gehe ich mal auf rückgängig, die zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht mehr Sinn machen würde, nämlich, dass ich das Fenster hier an meinem Arbeitsebenenraster ausrichte. Das ist eh schon relativ genau dran. Gehe also hier auf Ändern, dann ausrichten, wähle ich hier meine Arbeitsebene aus. Mit der Tabulato-Taste muss ich hier noch ein bisschen näher ran. Dann hier meine Fensterkante und jetzt ist sie genau in der Arbeitsebene drin. Ich mache dasselbe jetzt hier. Arbeitsebene auswählen. Dann das Fenster. Gehe einmal rum. So. Machen wir schnell die Tür mit, wenn wir auch nochmal die Tür gemacht haben. Also hier, die Arbeitsebene wäre das hier und dann die Türkante. So. Okay. Jetzt kann ich noch ausrichten, eventuell die Öffnungsrichtung, wenn mir das nicht gefällt. Also hier, die Tür geht zum Beispiel in die Richtung auf. Das ist eher ungünstig. Da haben Sie hier diese Griffe. Hier können Sie theoretisch die Tür nach außen aufgehen lassen, wenn Sie hier draufklicken. Oder nach innen. Hier können Sie dann rechts, links oder in dem Fall oben, unten wählen. Jetzt muss ich hier aufpassen, wenn die Tür hier aufgeht, sollte ich das Fenster möglichst vielleicht in die Richtung aufgehen lassen. Mache ich es in die andere Richtung. Also klicke das Fenster an und sage hier, du sollst in die Richtung hier aufgehen. Das sehe ich hier an diesem Griff. Eventuell müssen wir mal gucken, ob man hier, ich sage mal, hier Symbol Drehflügel können wir noch einschalten und dann sieht man auch hier die Symbolik. Hier haben wir glaube ich sogar einen Griff, oder? Ich weiß nicht, was dieser Fall ja bedeutet. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Sie können allerdings hier, glaube ich, bei Drehflügel sagen, ich möchte das 90 Grad haben. Also hier bei diesen Eigenschaften dieses Objektes. Dann können Sie hier das auch noch sich auf 90 Grad aufgehen lassen. Also können Sie lieber prüfen, ob die ineinander schlagen. Das soll man möglichst vermeiden. Ja, was mir noch auffällt an der Tür, die ist verdammt weit außen. Das können Sie auch noch über die Eigenschaften einstellen. Hier haben Sie irgendwann die Einbautiefe, die ist hier bei 0 und die lege ich mal. Ich glaube, ich habe eine Dämmung von ungefähr 15 Zentimeter. Ich lege die mal hier auf 20 von außen. Ja, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Vielleicht waren wir 16. So ungefähr. Ja, im Übrigen, wenn Sie jetzt so die Eigenschaften übernommen haben, können Sie jetzt theoretisch auch, wenn Sie so ein Fenster eingestellt haben oder die Tür jetzt die Eigenschaften rüberpinseln, von dieser, also hier über Eigenschaften übernehmen, Registerkarte ändern, ist das. Also hier diese. Ich klicke also hier drauf, es wird ein bisschen schwarz und übertrag die hier unten auf diese Tür. Und jetzt ist die im Prinzip eh lehre, die Eigenschaften übernommen. Müsst du halt das Ganze hier nochmal ausrichten in der Horizontalen, in der Hand des Achsenrasters, nee, des Arbeitsebenenrasters, wenn ich darauf Wert lege. Ja, jetzt tun wir das Ganze nochmal ausrichten in der Höhe. Dazu mache ich ja mal einen Schnitt, das sehe ich hier, der schöne Arbeitsschnitt, der schon vorbereitet, den schiebe ich nochmal hier ein bisschen rein. Zum Beispiel für die Tür und jetzt hätte ich gerne noch einen Schnitt für ein Fenster. Das wäre dieser hier. Also da die beiden Schnitte, also cool, das machen wir zunächst das Fenster vielleicht. Doppelklick auf die Spitze, jetzt sehen wir hier unser Fenster. Und klicken wir das mal an und schauen wir uns nochmal kurz in die Algen hier rein. Wir sehen jetzt hier Ebene, Oberkante Rohdecke. Ja, das heißt, wir haben jetzt diese Brüstungshöhe von 85 cm, gilt jetzt ausgehend von der Rohdecke. Jetzt haben wir aber einen Fußbodenaufbau von fast 25 cm mit drin, falls Sie sich erinnern. Im Übrigen kann man hier noch dazu sagen, es empfiehlt sich möglich, den Fußbodenaufbau vorher zu machen, falls das geht. Weil da können Sie Ihnen jetzt gleich, wenn Sie die Fenster ausrichten, das entsprechend berücksichtigen. Wenn Sie es im Nachhinein machen, kann es passieren, dass Sie dann nochmal das Fenster anpassen müssen. Also wie gesagt, jetzt müssen wir theoretisch jetzt hier ungefähr nochmal 25 cm drauf. Hauen wir sind immer bei 1,10 m. Machen wir das mal hier. Das wäre dann ungefähr bei 90, je nachdem, was da gefordert ist bei Ihnen. Für eine Brüstungshöhe. Abbrechen. Wobei es natürlich dann auch nochmal hier, hätten wir jetzt 85,5. Ja. Was habe ich jetzt hier eingegeben? 1,25 m. Achso, okay. Es ist ja glaube ich 25, hatte ich gesagt. Ja, also 1,15 m. So, dann hätten wir ungefähr 90 cm. Ja. Und das wäre eine Variante. So, jetzt hätten wir hier 90. Was Sie aber auch machen können, wenn Sie zum Beispiel jetzt viele, auch so bei dem Fenster, wenn Sie jetzt viele Fenster haben und Sie haben meinetwegen den Vorteil, wie wir jetzt in unserem Beispielprojekt, dass meinetwegen alle oberkanten Fußboden, also oberkante Fertigfußboden, dass das quasi alles eine Höhe hat. Ja, kann ja sein, dass das für Sie eine wichtige, so eine Vorgabe ist. Dann können Sie wie hier sich eine Ebene definieren, ja, wie zum Beispiel diese hier, haben wir auch so genannt, oberkante Fertigfußboden Obergeschoss und Sie können das Fenster auf diese Ebene im Nachhinein beziehen. Ja, das heißt, Sie klicken das Fenster an, gehen hier rein und sagen, nee, ich möchte jetzt nicht die Ebene haben, die das Fenster erst mal geerbt hat vom Basisbauteil, sprich von der Wand, sondern ich möchte hier die oberkante Fertigfußboden haben. Und jetzt habe ich es heute eingestellt, jetzt brauche ich bloß noch hier meine Prüfungshöhe eingeben, muss ich nicht rumrechnen von 90 und sollte sich der Fußbodenaufbau irgendwann mal ändern, dann genügt es einfach nur, diese Ebene hier zu ändern und dann gehen quasi alle Fenster mit. Ja, ansonsten müsste ich dann, wenn ich jetzt irgendwann auf die Idee käme, den Fußbodenaufbau natürlich für den gesamten Fußbodenaufbau von obergeschoss zu ändern oder pro Geschoss zu ändern, müsste ich normalerweise dann nochmal die Fenster einzeln durchgehen beziehungsweise ich könnte sie auch dann mit einmal auswählen oder so, wie gesagt, das sind immer verschiedene Herangehensweisen. Ich bin persönlich, ich bin der Meinung, dass es eher selten ist, dass die oberkante Fertigfußboden für alle Räume gleich ist, aber ich zeige immer beide Varianten. Ja, zum Beispiel, die Architekten arbeiten gerne damit. Ja, also ihre Basisebene ist in der Regel, ich sehe es sehr häufig bei den Architekten, die oberkante Fertigfußboden. Und ich persönlich betrachte das eher aus Blick der Bauweise und ich sage mal, okay, zunächst werde erstmal da die Decke gebaut, also die Rohdecke, danach kommen die Wände und dann die Fenster und der Fußboden kommt irgendwann später. Und deswegen macht es für mich persönlich eigentlich mehr Sinn, das auf die Rohdecke zu beziehen, zumal die Fußböden aufbauten durchaus variieren können, was ich für sehr wahrscheinlich halte, weil sie natürlich pro Raum gemacht werden. Und daher finde ich es irgendwie, ist es für mich, das Bauen schon ja logischer, auf die Rohdecke zu beziehen. Aber wie gesagt, das ist Geschmack. Wie gesagt, ich habe mir beide Varianten hier gezeigt und ja, im Übrigen lassen die Architekten dann oft, beziehen sie quasi gleich die, bei mir ist das so, dass meine Hauptebene ist die oberkante Rohdecke und die Fertigfußboden ist bei mir quasi nur, ist nur so eine Hilfsebene. Ja, während bei den Architekten ist es dann oft so, dass die Hauptebene gleich die oberkante Fertigfußboden ist. Wie gesagt, ich habe halt oft dann gesehen, und das finde ich halt so verwirrend, die machen das selbst dann, wenn die Fußboden aufbauten variieren und dann ist natürlich die Frage, auf welchen Raum beziehe ich mich denn dann? Das finde ich ein bisschen unlogisch und verwirrend und da finde ich das einfach logischer. Aber wie gesagt, ich zeige Ihnen beide Varianten und Sie können dann selber entscheiden, was Ihnen besser gefällt, was für Ihren persönlichen Workflow dann günstiger ist. Ja, jetzt haben wir das Fenster positioniert. Ich werde jetzt nochmal alle Fenster auf einmal ausrichten, zeige das auch nochmal, wenn wir jetzt wissen, was wir einzugeben haben. Also ich gehe jetzt nochmal in den Grundriss, markiere hier alles, gehe dann hier auf Fenster, Entschuldigung, also keine markieren, dann nur die Fenster und mache jetzt mal die Methode mit der Ebene, was ich vorhin gezeigt habe, gehe also hier auf OK, Oberkante Fertigfußboden und dann gebe ich hier ein 90, anwenden. Und jetzt habe ich hier, aha, hier gibt es noch ein Problem, sind gleich sieben. Alle. Schwelle, Brüstung, Oberkante, achso, EG, aufpassen, da habe ich die falsche Ebene. Hier, das ist ja OG, Oberkante, Fertigfußboden, hier haben wir es und die Brüstung ist 90. So, und jetzt haben wir alle geändert. Achso, jetzt muss ich aufpassen, ja, die Türen, das habe ich jetzt kurz, ich habe jetzt zeitweise übersehen, gelten ja auch als Fenster, deswegen waren die jetzt mit dabei, die muss ich nochmal extra anpassen. Das heißt, die wähle ich jetzt aus und gehe ja nur an die auf 90, sondern, ich glaube, mache mal 5 Zentimeter oder so. Ich muss das nochmal im Schnitt angucken, das war der Schnitt 2, also dieser hier. Und hier muss ein bisschen aufpassen, jetzt haben wir hier 5 Zentimeter Versatz, das ist fast schon zu viel. Das kann man sogar auf 0 setzen. Wenn wir hier auf anwenden, und ja, ich habe sogar noch einen kleinen Versatz drin, weil hier ein Fußbodenaufbau mitkommt. Da gehen wir hier nochmal auch noch auf 0. Genau, jetzt haben wir die Tür, aha, wir müssen sogar ein bisschen runtergehen, bei der Tür sehe ich jetzt gerade, wenn wir von dieser Ebene ausgehen, wobei, nee, wir müssen die ja hinsetzen, das geht dann hier anders. Also, hier müssen wir im Moment etwas überlegen, wie wir das hier machen mit der Stufe. Das ist noch ein ganz schön großer Sprung von dem Fußbodenaufbau auf diesen. Das ist doch nochmal interessant, wie viele Zentimeter sind denn das? Weil ein gewisser Versatz ist nicht so schlecht. Ja, aber 30 Zentimeter ist schon ganz schön viel. das können wir uns nicht leisten. Das ist dann ein bisschen arg viel. Da müssen wir nochmal schauen, ob man, also wir können das noch ein bisschen runter setzen, das sieht man hier am Profil. Mir ist eben noch eingefallen, wie man das mit der Stufe lösen kann hier. Eigentlich offensichtlich, ich gehe einfach hier in meine Tür rein, klick die also an, und finde jetzt hier die Exemplareigenschaften, unter anderem hier Konstruktion, quasi die Architekturlichte, die Stocküberdämmung, also unten, die sollte, muss größer oder gleich 0 sein, und da gehe ich jetzt hier rein und mache jetzt hier einfach 0 rein und habe jetzt hier diesen Versatz, brauche ich ja in dem Fall nie, weil das ergibt sich ja schon hier und kann nochmal kurz nachmessen, was ich jetzt hier für einen Abstand habe, und das sollte glaube ich jetzt durchaus annehmbar sein, 10 cm kann man durchaus lassen, man könnte eventuell, also hier noch ein bisschen höher machen, wenn einem das stört, aber ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen höher ist, falls doch mal sich Wasser sammelt, dass es dann nicht gleich reinläuft und ja, über die Eigenschaften kann man jetzt diesen Versatz hier auch nochmal gleich regeln und ich würde vielleicht sogar das Brett ein bisschen kleiner machen, damit ich dann hier runterbiege, wenn da einer drauf latscht, das kann man auch leider mal gucken, wo das geht, hier Wandaufbau, das könnte allerdings eine Typeneigenschaft sein, keine Exemplareigenschaft, Exemplareigenschaft heißt, das gilt nur für diese Tür und nicht für alle Türen diese Typs, jetzt gehe ich mal in die Typeigenschaften rein, das heißt, die gelten jetzt für alle und jetzt muss ich gucken, wo es jetzt hier ist, wo das sein könnte, Fensterbank, überstand hier, aber das ist ein bisschen wenig, fortsetzen, ja, ich muss jetzt ehrlich gesagt den Film kurz anhalten und erstmal rumsuchen, mit welchen Parameter ich das hier ändern kann, bin dann quasi in die Familieneditor rein und habe mich dann durchgeklickt, welcher Parameter, das ist ja diese, die Breite dieser Fensterbank hier verändert, also man kann hier zunächst erstmal einstellen, die Sichtbarkeit, kann die ausschalten, das ist relativ einfach zu finden, wenn ich jetzt hier das ausdeaktiviere, ist es nicht mehr sichtbar, genauso könnte ich jetzt hier in eine Fensterbank aus Stein, aha, okay, oder halt so ein Blech, aha, okay, das wenn wir jetzt draufgehen, also Fensterbank aus Metall oder aus Stein, okay, und allerdings die Tiefe dieser, das ist, fand ich ein bisschen verwirrend, ist das hier erläutert, darf nicht nur sein, okay, das ist hier diese Eigenschaft, ja, das vorher ist ein bisschen einfach rauszukriegen, wenn ich das auf fünf Sätze, dann ist das ja noch ein bisschen kleiner und ich, weil es ja noch ein dünnes Blech und wenn ich das zu sehr rausstehen lasse, dann wird das dann durchgebogen, das muss ja nicht sein, dass man ganz vielleicht sogar auf drei Zentimeter setzen, dass ich halt nur eine Tropfkante habe, ja, das ist eigentlich, das ist sogar noch sinnvoller und habe jetzt hier das Fenster erstmal so im Groben, also für einen Entwurf bis hin zur Einreichplanung erstmal ganz gut eingestellt, man könnte dann in der Ausführungsplanung jetzt hier noch Details machen und das Ganze noch ein bisschen zu feinjustieren, vor allem dann auch sich überlegen, welchen Hersteller liet man dann genau, aber hier für einen Entwurf reicht das mal diese Einstellung aus. Vielleicht nochmal, wen es interessiert, der kann jetzt noch nochmal schauen, wie habe ich das rausgekriegt, was das das ist, da bin ich quasi hier auf rechte Maustaste und hier auf Familie bearbeiten kann, beziehungsweise Sie können das auch, wenn Sie Familie ausgewählt ist, von hier oben machen, Familie bearbeiten, da kommen Sie in Familienediter rein, das ist natürlich für jemanden, der jetzt keine Ahnung hat und ich gebe auch zu, für mich sind Fenster immer noch ziemliches Buch mit sieben Siegel und Türen auch, die sind relativ komplex, die Familien, ich will aber nichts ändern, ich will einfach hier noch schauen, was muss ich ändern, damit halt die Fensterbank kleiner wird und da sehe ich quasi jetzt hier, die Fensterbank ist quasi eine Familie in der Familie, ist quasi eine eigene Familie quasi, wiederum, das ist auch wieder ein Bauteil, wenn Sie so wollen, dass man quasi jetzt vorgefertigt hat und dann hier drinnen eingebaut hat und auch verlinkt hat, das heißt, jetzt bin ich hier reingegangen auf die Fensterbank, dann auf, wo war es, hier auf Familie bearbeiten, wo ist es jetzt hier hin, ach so hier oben, Familie bearbeiten, das war nur der Typ, hier oben, man muss in die Familie selber gehen, das war nur der Typ, der man hier eingebaut hat, das ist die Familie selber, hier auf bearbeiten, und jetzt bin ich hier in der Familie, jetzt sehe ich hier, aha, das ist hier die Breite, äh, Laibungstiefe, dann gehe ich hier oben in die Familieneigenschaften rein, suche mir jetzt hier, die Laibungstiefe, wo ist es jetzt wieder hin, Laibungstiefe, hier ist doch so, Laibungstiefe, ach hier, analytische Eigenschaften, bin ich jetzt in der falschen Familie drin, ne, ne, schon die Richtige, warum sehe ich jetzt nicht die Laibungstiefe, ach hier, B Laibungstiefe, ich habe vergessen, das B, ja, und da sieht man, das ist ausgegraut, das ergibt sich, also die Laibungstiefe, ist ein Parameter, den Sie selbst sich eingeben können, der wird quasi berechnet, aus dem Wandaufbau außen, plus Einbautiefe, gehe also jetzt hier, Wandaufbau außen, den kann ich aber allerdings eingeben, das heißt, hier ist es so, dass quasi, die Eigenschaft der Breite, kann sie quasi über Wandaufbau außen steuern, okay, jetzt weiß ich das, jetzt gehe ich hier zurück in meine Familie mit dem Fenster, das ist quasi die Familie mit der Fensterbank, wechsel jetzt zurück in die Familie mit dem Fenster, das war glaube ich hier, oder? Ne, das ist jetzt hier, das ist mein Fenster, gehe wieder einfach in meine Fensterbank, hier auf die Typeneigenschaften, und suche jetzt hier den Wandaufbau, beziehungsweise, wenn ich das nicht finde, dann muss ich zu den Exemplare, das war eine Exemplareigenschaft übrigens, habe ich vergessen, keine Typeneigenschaften, gehe also jetzt mit der rechten Maustaste hier drauf, und sage, alle Exemplare auswählen, in dem gesamten Projekt gibt es eh nur eins, gehe jetzt in die Eigenschaftenblätter, und finde jetzt hier irgendwo Wandaufbau, hier Wandaufbau außen, dann sehe ich hier, das ist ausgegraut, das ist quasi verlinkt, ja, man hat quasi diese Eigenschaft, gibt quasi jetzt, ist quasi verknüpft, mit einem Parameter von dem Fensterobjekt, also ich erinnere nochmal, ist das, die Fensterbank selber da draußen, ist quasi ein eigenes Bauteil, deren, die hat, dieses Bauteil hat den Parameter Wandaufbau außen, über den kann ich die Breite dieser Fensterbank steuern, und dieser Parameter ist jetzt quasi verknüpft, mit einem eigenen Parameter, in dem Fensterbauteil, ja, und der heißt auch Wandaufbau außen, das ist in dem Fall ein bisschen einfach, der könnte auch anders heißen, und über diesen kann ich jetzt, also über diesen Parameter, kann ich quasi jetzt die Breite ansprechen, das heißt, jetzt weiß ich, wonach ich suchen muss, ich gehe jetzt quasi hier in den Schnitt, und finde jetzt hier den Exemplarparameter Wandaufbau außen, hier oben war, also dieser hier, und was passiert, wenn ich jetzt diesen ändere, dann ändere ich zunächst den Parameter in der Fensterfamilie, und der ist allerdings verknüpft mit dem Parameter in der Fensterbankfamilie wiederum, weil das ist ja ein Teil der Fensterfamilie, Sie können quasi eine Familie in der Familie haben, und kann dadurch dann die Breite dieser Fensterbank steuern. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn Sie noch keine Familie gemacht haben, gebe ich gerne zu, das ist dann ein bisschen irritierend, deswegen habe ich gesagt, die, die das interessiert, die schalten einfach mal weg, und das ist natürlich jetzt, wenn Sie das nochmal als Resümee zusammenfassen, aus der einen Seite ist das ein Vorteil, dass man eigene Bauteile bauen kann in Revit, also ich finde das total super, es ist allerdings aber auch wiederum ein Nachteil, weil das macht das, man braucht schon ein bisschen viel Wissen, um da durchzublicken, also andere Programme, die da jetzt nicht so offen sind, die sind in der Regel ein bisschen einfacher zu bedienen, weil das Problem ist, dass jeder die Bauteile machen kann, wie er will, und deswegen weiß ich nicht genau, mit was kann ich jetzt, wenn ich jetzt irgendeinen Bauteil bekomme von irgendeiner Firma, dann weiß ich nicht genau, mit welchen Parameter kann ich das jetzt steuern, zum Beispiel die Breite dieser Fensterbank da unten, wenn es nicht gerade eindeutig beschrieben ist, in dem Fall war es für mich nicht gerade eindeutig nachvollziehbar, kann ich euch rumprobieren, ja und das macht die Sache ein bisschen kompliziert, ja also hier hätte ich mir zum Beispiel im Revit, das ist es so, da gibt Standards, das sind alle Bauteile, das sind quasi standardisiert, und da ist im Prinzip der Parameter immer dasselbe, ja und wenn man sich da einmal ausgekennt, dann muss man jedes Mal rumsuchen, der Nachteil ist wiederum, man kann im Revit nicht so einfach, wiederum eigene Bauteile im Archicad, ja es ist immer Geschmackssache, ja jedenfalls, das ist einmal hier kurz ein Hinweis gewesen, wie Sie im Prinzip rauskriegen können, für wen das interessiert, wie der Parameter heißt, den Sie ändern müssen, soviel dazu.